Oh nein, ich hab total verstaucht! Oh, jetzt muss ich mich aber beeilen! Guten Morgen, euch allen einen guten Abend an Sie! Okay, Leute, ich muss jetzt los zum Unterricht! Wir sehen uns später! Yuki Takeya! Oh, guten Morgen, was ist denn? Wir sind mitten im Unterricht, Yuki Takeya! Oh nein! Vielleicht haben wir ihn! Schule ist einfach das Beste! Ich weiß, die Leute halten mich für verrückt, aber hier gibt es wirklich alles! Den Physikraum mit den ganzen seltsamen Geräten! Im Musikraum haben wir so schöne Instrumente und total gruselige Porträte! Der Radioraum macht die ganze Schule zu einer Bühne! Wir haben hier einfach alles! Diese Schule ist wie ein eigenes Universum! Alles in Ordnung? Und Dean, wie er sich aber wönert heißt denn mit dem ganzen Fest-Büchen auf meinem 500-Dções-Boch-Inium ist schon so? Und das wird Melody das R membersieren mit dem Home-Pu dos zuteiden! Jaพ mitad!